Die gebürtige New Yorkerin trägt nämlich Größe 38,40. Und für die Preisverleihung braucht sie ein aufregendes Kleid. Kein Ding, sollte man meinen, da findet sich ganz bestimmt eins. Rufen wir also ein paar der bekannten Modeschöpfer an und fragen nach einem schönen Fummel. Doch offenbar dürfen nur megadünne Frauen eine Designerrobe auf dem roten Teppich tragen. Denn kein Designer wolle die Künstlerin, die auch schon als Songreiterin unter anderem für Selena Gomez 26, tätig war, einkleiden. Begründung, angeblich sei Rexa zu dick. Mit einem Instagram-Post machte die Sängerin ihrem Ärger über diese Diskriminierung Luft, Größe 38,40 soll zu groß sein. Mir fehlen die Worte. Es ist verrückt, dass jemand findet, Frauen mit Kleidergröße 38 und mir sind nicht schön und dürfen keine Designerkleider tragen. Dann folgt eine klare Botschaft in Richtung der Designer. Verpisst euch, ich will eure beschissenen Kleider nicht tragen. Dazu schreibt sie noch, wenn ihr meinen Modestiller oder meine Musik nicht mögt, ist das eine Sache. Aber sagt mir nicht, ihr könnt jemanden nicht einkleiden, wenn er keine Laufstegfigur hat. Ermutigt Frauen, ihren Körper zu lieben, anstatt sie dazu zu bringen, sich deshalb wertlos zu fühlen. Wir sind in allen Größen schön. Mein Hintern hat Größe 38 und ich gehe trotzdem zu den Grammy. Raute Love Your Body Liebe deinen Körper Ihr Post löste eine neue Diskussion um Magerwahnsinn und Bodysimming aus. Viele Follower können nicht fassen, Was sie da hören und machen der Sängerin Komplimente, wie gut sie aussieht. Manche empfehlen sogar talentierte Nachwuchsdesigner, denen es eine Ehre wäre, für Rexe ein Kleid zu entwerfen. Üblicherweise wenden sich nominierte Künstler an namhafte Designer, die ihnen für das jeweilige Event ein maßgeschneidertes Kleid anfertigen. Und inzwischen hat sich auch ein Modedesigner gemeldet. Christian Siriano, 33, twitterte, dass sein gleichnamiges Label Bibi Rexer bereits einige Male eingekleidet hat und man sich freuen würde, es wieder zu tun. Der US-Amerikaner ist auch kein Unbekannter. Erstmals erlangte er Beachtung, als er 2008 die amerikanische Design-Wettbewerbs-Show-Project Runway gewann. Inzwischen gehören zu seinen Kundinnen unter anderem Victoria Beckham, Emily Blunt, Lady Gaga, Nicki Minaj, Rihanna und Michelle Obama.